Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Ja, ich bin der Bernd Schaap von der Sportvereinigung Portz, bin der Betreuer von der Mannschaft, von der ersten Mannschaft. Ich bin Michael Börder, Sportvereinigung Portz, natürlich auch Co-Trainer. Und ja, wir haben jetzt die Endvollaufgabe hier, den nächsten Spieltag zu tippen. Dann fange ich mal an mit Lindler Rhein-Süd. Ja. Ich tippe mal ein 0 zu 2 für Rhein-Süd. Ja, dann nehme ich die nächste Partie, Maria Linden gegen Hoffnungstal. Es wird ein enges Ding, Maria Linden zu Hause ziemlich stark, Hoffnungstal immer gefährlich, tippe aber 2 zu 2. Rheingold Paul gegen Worringen. Tippe ich mal auf die Worringer, die sind unheimlich stark, die wollen ja auch wahrscheinlich ganz oben mitspielen. Und denke ich mal an einen, aber ein knappes 2 zu 1. Die nächste Partie ist Friedensdorf zu Hause gegen Westhofen-Ensen. Tippe ich jetzt einfach pauschal auch mal ein 1 zu 1. Geyen gegen Leverkusen. Tippe ich ja auch mal auf ein 2 zu 2. Weil ich kenne die beiden Mannschaften, ich kenne die Leverkusen und Geyen kenne ich nicht so gut. Telefon. Alles klar. Nächste Partie SC West, Berzdorf. SC West, letztes Spiel gut drauf, ein Unentschieden, 4 Siege. Ja, tippe ich eindeutig 3 zu 1 für Westhofen. Ja, ein Hürth 2 gegen Bensberg. Denke ich mir, dass die Hürther das Spiel machen, weil ich schätze die ein bisschen stärker ein wie Bensberg. Tippe ich mal ein 3 zu 1. Ja, nächste Partie, Ports gegen Hochkäppel. Ja, wir spielen zu Hause, wird ein Spitzenspiel. Definitiv Augenhöhe, wir würden uns über den Punkt freuen. Aber wir sind Ports. Ich tippe, super spannendes Spiel 2-1 Ports natürlich. Das war's, danke schön. Wir freuen uns auf eure Tipps.